jetzt brauchen wir noch besten sperren mission abgeschlossen das war falsch 600 habe ich dafür bekommen jetzt 480 kostet das das ist echt viel zu teuer alles nur wenn man die hier ja zack so Lalalala Hi Are you okay? Please don't take this the wrong way, but I'm not really in a talkative mood You look sad, is there anything we can do to help? Please you too, don't worry about me Doch Nochmal Are you okay? Please don't Oh man, also nix Ach der 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 Ja, jetzt wird der Quatsch irgendwie Giani, ich will dir über einen Mann namens Corbin Achso, was ist das? Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me He must still be wasting time in Ivydale Glen I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics Torbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend But then I suppose you don't have the capacity for rational thought If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about Oh, I'll find him Then we're going to have a little chat Mhm, yeah Yeah Äh... Jani hat Corbin ins Efeutal geschickt um seine Recher zu waschen Sollte dafür, dass ihr ihnen nix zustößt Okay Du hast eine neue Region entdeckt Ich bin ehrlich gesagt, es gibt nicht viel hier Aber du findest einen Schuss nahe der Eistung And du gibst hier nichts wirklich was Ja ja, ganz ruhig hier war nix weiter außer der kiste du auch nicht wo noch schlüssel heute diese steuerung manchmal aber zu zwei stück zwei stück für ihn noch ja ja kann man noch mal speichern ich will geheilt werden werde ich aber nicht ich bin gleich neues level ein paar monster noch mal klatschen wir müssen raus aus dem dorf hast du noch was ach so efeutal efeutal ich finde es aber noch zu genial dass sie alle nacheinander dann explodieren zack so ist klar wie viel waren das guck mal sind zwei schlüssel aber da komme ich eh nicht ran weil ich denke ich mich durchkriechen muss ach ja ja geht auch nicht ne woher lerne ich das denn merkwürdig 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 ich habe jetzt habe ich ihn Ich bin hier mit all diesen Mönsteren. Nun, sie sind alle weg. Sie sollten sich jetzt sicher sein. Sie sind verletzt? Sie brauchen Hilfe zurück nach Hause? Ich bin okay, glaube ich. Ich weiß, wie zu Hause bei mir selbst. Ich bin hier oft, aber... ... es gab keine Mönsteren. Du solltest gehen, während es da draußen ist. Ich muss noch den Zahnarzt bekommen. Ich habe es da unten. Und ich will nicht in Probleme. Nein, Korbin. Du gehst nach Hause. Ich will das. Oh, wow, danke. Hier, das hier. Du solltest es, wenn du nach unten gehst. Ein Blattes Resonanz? Das sollte gut sein. Danke. Jetzt geht's weiter. Lass uns zurück in die Stadt. Okay. Wir gehen nach dem Zahnarzt? Wir gehen nach einer Zahnarzt? Wir wollen nicht, dass Jani das verletzt, was passiert ist. Komm schon, wir werden ein paar Mönste auf dem Weg töten. Es wird großartig. Hä? Ja. Hä? Well, here's where Corbin dropped the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me, or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing, nothing. I'm just saying, wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? Yeah, you know, completely by accident. Or, you know, not. You are positively evil, Fidget, but... No, that would be so gross as I would also like. Boo! Boo, I say. You're no fun, Dust. No fun at all. Haha. So can be, I don't know. Wow. Stirb. Ja, ich habe keinen Schaden bekommen. Cool. Scheinlich. Wow. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Mist. Toll. Ich muss den Scheiß da kaputt machen. Nochmal hoch. Oh man ey. Das ist aber auch nichts. Manchmal toll. Jetzt fang ich auch noch runter. So. Komm. 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 Komm her. Jetzt mach Pum. Geh doch. Weißer Rennos von Anstein. Autsch. Sollte mal schneller gehen nächstes Mal. Hi. Komm, komm. Ich glaube da oben lagen auch die Schlüssel, ne? Nee. Hm. Hi. Nächstes Mal soll ich das gleich so machen. Her mit der Kohle. Diese Fischer, ne? Bam, bam, bam. So. Und raus sind wir. Geht auch. Da muss ich auch noch hin. Gehe ich aber jetzt noch nicht. So. Ach ja. Aufwachen. Der wieder. So. So. All right, Gianni. Let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So. Where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type. And I didn't report his laundry thievery to the guard. Oh, yeah. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, would you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what about my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Um, ha. Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. That is shift. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help you. You know what? I kind of hate this guy. And I would just love to Mala's face off. Manor's fidget. It's what separates us from the animals. Oh, yeah. I've been able to do it. To clean out the house. Oops. Hoi. 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 Leute. Na ja. Ach ja, da ist der Kleine. Oh, hello again. Thank you so much for helping me before. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, alright? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Yeah, like the laundry. Yes, fidgets. Like the laundry. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Well, I... Immer so bescheiden. You're so strong. How bad you have no problem getting a 1000 hit combo? Of course he won. He can do it in his sleep. Sleep combo. Ja, ne, ist klar. Fidgets calm down. Wow. Do you really think you could do it? A 1000 hit combo? Sure. Why not? Soll ich das jetzt machen, oder was? Oh, wow. Awesome. Hey, wenn du das 1.000. Mal hattest, sollst du sagen, das ist für Corbin. Ja, nein, nein. Ich mache das nicht. Aber ich versuche den combo nur für dich. Wichtige F. Wichtige F. Wichtige F. Ich bin sehr schwer auf ihm, Colleen. Er hat viel überrascht. Er hat viel überrascht. Wichtige F. Ich bin sehr schwer auf ihm, wenn du das jetzt machen kannst. Ach, ja. Es ist ein Kombo-Brecher. ich muss weil ich würde sagen ich speichere hier dann noch mal kurz und ich sage dann mal ich bedanke mich fürs zugucken leute und bis zum nächsten mal bei das elizabeths tschau tschau